Hallo Leute und willkommen zurück. Wir zocken heute Eye of Auras auf 4 Euro. Die Freispiele sind schon am Start, ihr seht es schon. Vergesst auf jeden Fall nicht, direkt am Anfang mal dem Video einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung und ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal, wie es läuft. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist das denn, oder? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.